Montagvormittag, eine Minute vor elf. Also eine Minute habe ich noch, dass Kandidaten da sein könnten. Könnten? Nein, sie sind schon da. Da hinten steht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das heißt, wir brauchen nur noch eine Person. Also auf in die U-Bahn, da ist trocken und schön warm und jetzt ist elf. Auf geht's. Wie war das? Einer fehlt noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Guten Morgen. Die Spielregeln sind denkbar einfach. Wenn es mehr als acht Personen sind, dann wird ausgekattelt. Acht Herzen, acht Kandidaten. Raus, raus. Da müssen alle Herzen sein. Herz, 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 Herz. Yes, yes. Aber die nehmen wir mit. 11.30 habe ich schon gestimmt. Habe ich 12.30 drauf gestimmt? Ja, ich bin fertig. Okay, bist du noch fit? Ja. Außer meine Stimme. Ja okay, aber die ist ja wurscht. Du musst in Heutingen. Ja, du musst dich. Gleich durchrutschen. Gleich, nein, nein. Los. Verloren. Los. Los. Ja, genau. Das ist für euch. So, jetzt ist Ruhe. Frau Klausi, ich glaube, die sind satt. Das sieht so aus. Morgen sind wir? Beim Radlinger. Beim Radlinger, genau. Und Punkt 11 an der Trambahnstation in der Theatinerstraße. Jawohl. Bayerisch in Tracht und Acht sind dabei. Servus, bis morgen. Tschüss. Aber wie ist es nur einer? Tschüss. Baldlinger. Ich sage es nur einer. Boa. Aber wie ist es auch einander. Es ist auch echt einander, der Böden über den Böden über Intermitteln. Wollen wir mal. Ich sagen, wie ist es nur noch einander. Ich bin. Ich bin mir. Und es bin einander. So, das ist auch einander. Ich bin.